Hi, ich bin der Christian Fuchs, ich arbeite im Lagerbüro Firma Stahlgruppe und arbeite in der Frühschicht, fange um 3.45 Uhr das Arbeiten an. Dafür habe ich Frühfeierabend, ja schön, dann habe ich noch einen Nachmittag, habe noch ein Kind und das ist dann ganz gut, das kann ich ganz gut kombinieren. Meine verschiedenen Tätigkeiten sind wie kommissionieren, einlagern, Turnabschlüsse kontrollieren, Fahrer kontrollieren, abfahrten, LKWs beladen, je nachdem was eben so anfällt. Und allgemein die Lagerprozesse optimieren. Ich bin bei Stahlburger, weil es mir gefällt, die ganze Arbeit, diese Vielseitigkeit, das ist ein renommiertes Unternehmen. Das Coolste, die Vielseitigkeit von dem Beruf, man hat immer irgendwas anderes zu tun, das ist nicht immer das Gleiche, immer der gleiche Schuh, immer der gleiche Tag, sondern man hat immer ein bisschen was anderes und das ist eigentlich schon ganz cool. Auch mal mit dem Vater oder so, ein bisschen Späßchen machen oder sowas, das ist schon super. Vielen Dank.